Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. Für mich ist es eine neue Aufnahmesession und ich habe erfahren, dass wir vermutlich, wenn überhaupt, gerade mal erst Halbzeit haben und da noch ein bisschen was vor uns ist. Bin mal gespannt, wie ich das mit Episoden mache. Ich glaube, das wird ein sehr langes Let's Play. Na gut, ab in diesen Tempel da. Ich höre die ganze Zeit hier schon ein Roboter am rumlaufen. Ähm, ein paar weiter? Glaube ich zumindest. Schaut schon mal gar nicht so schlecht aus. Wer bist du? Ah! Ähm, Seit wann erschreckt uns das ab? Ich meine, der Roboter ist ein bisschen mächtiger, aber ansonsten... Ich bin doch... Oh, der zwirbelt ein bisschen. Oh, fuck. Alter! Yes! Und jetzt Zeug. Scheiß Blastergebärde. Hat das Imperium schon einen Weg in den Tempel gefunden? Nein, aber ich habe gehört, wie Imperiale von einer neuen Ausgrabungsmaschine sprachen. Gehen wir. Ähm. So hat jetzt irgendwie nicht den Effekt gehabt, denn ich... Ja, richtige Taste drücken wäre natürlich was. Ich bin immer noch beeindruckt. Du hast das wahre Ausmaß meiner Kräfte noch nicht gesehen, Carol Kestis. Äh, Secret Station oder... Ne, Abkürzung. Oh, was zum... Ja... Wo wollte ich den hier, ne? Kommst du auch? Dann halt nicht. Ähm... Mal rechts... Ist das die Weg to go? Ich glaube, das war die Weg to go. Ah, das haben wir halt links nicht gesehen. Was ist das hier? Die Macht ist stark an diesem Ort. Okay... Okay, jetzt fängt das hier zum Singen an. Und hier kann ich... Ah, warte mal. Jetzt kann ich da rüber... Glaube ich. Nice. Ähm... Okay. Was bringt mir das jetzt? Äh... Okay. Nein! Oh, fuck! Nein! Ich hab' nicht hingeschaut. Äh... Ich hab' nicht hingeschaut. Äh... Äh... Ich bin schon so ein Chaos. Okay, wenn ich... Oh... Ach so, noch da oben. Nein! Gott sei Dank. Gott sei Dank. Komm, hält dich da! Ähm... So, wie mach' ich das am besten, dass ich mich da oben festhalte? Nein! Warum? Äh, cool! Ich hab' für einen Moment noch überlebt. Vielleicht mit mehr Abstand. Nein! Ah... Komm, das kann nicht so schwer sein. So, und jetzt da oben irgendwie rauf. Gott sei Dank! Naja, und wieder rein. Weil... Weil... Weil sei... Und... Mit dir geh' ich dann wohin? Ähm... Da unten ist was. Oder da auf dem Boot. Na... Soll ich da unten einfach rein? Ich mach's mal. Ah... Da hätte ich mich aber irgendwo festhalten können, da unten. Warte mal, das war irgendwo hier. Warum geh' ich da nicht einfach von da nach unten? Okay, das lässt er mich erst gar nicht. Boah, was soll ich denn da dann da machen? Oder bei dem Teil hier festhalten. Und so runterrutschen. Ah, ich probier's mal. Oh, boah, boah, du hast schon einmal Kraft. Geht doch. Ne, hier unten ist nix. Ja, dann machen wir's halt mal geradeaus. Lass dich mal nach unten. Na, das geht gar nicht. Ja, dann zu dem Teil hin. Komm, 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 komm. Ah, Mann. Nein! Er ist auch nicht ausgereicht. Ah, das wird... Das wird ne neue Lieblingspassage hier. Irgendwie da unten hin. Ich habe es leid. So, dann schwing mal. Oh! Wirklich da. Man, okay. Ich weiß aber hier, Blitze. Ähm. Wie komme ich da strahlweise hin? Ich meine, macht es Sinn, dass ich dann ein paar so hinspringe und dann dragt mich das da so rüber. Wie ist man aus? Nope. Das war es nicht. Vielleicht so ein bisschen. Äh. Okay. Äh. Aber du darfst nicht vergessen, dass sie dir folgen, wohin du sie auch führst. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit viel gedrängt, aber seit Grease verwundet wurde... Was Grease zugestoßen ist, ist nicht deine Schuld. Aber seitdem bist du leichtsinnig. Ich mache mir Sorgen, dass einem von euch etwas Schlimmes zustößt. Es ist gut, dir deine Angst einzugestehen. Aber lass sie nicht deinen Pfad bestimmen. Konzentriere dich auf den Moment. Wähle deine Richtung und handle mit Entschlossenheit. Und egal, wie die Chancen stehen, glaube immer an dich. Kerl. Vertraue dir selbst. Vertraue auf die Macht. Ganz genau. Ähm. Achso, und jetzt sind wir hier einfach. Okay, wir haben es da durchgeschafft. Springe und drücke B, um zu sputen. Ah, cool. Um weiter und durch Windbeeren zu springen. Okay. Oh, das ist praktisch. Wir müssen diesem Sturm die Stirn bieten. Bereit machen, BD. Äh. Okay. Das funktioniert. Alles klar. Nein. Nein. Yes. Ja, es war windig da drin. Geil. Nicht schlecht. Vielleicht kannst du jetzt mit mir Schritt halten. Finden wir Spaß. Was hat das Imperium vor? Sie sind am Tempeleingang und warten auf irgendwas. Dann haben wir immer noch Zeit. Ja, vielleicht auf uns. Ja, wow. Sind jetzt, das ist immer so... Ja, okay. Nein. Geil. Auli Shit. Und wie? Oder will ich das überhaupt wissen, wie du das machst? Ähm. Ich bin ein bisschen da drüber. Fuck. Ja, nein, nein, nein. Ah. Fuh. Okay, da haben wir auf alle Fälle seine Windböe. Okay. Nein, 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 nein. Ah, es... Passt halt um so... Nein. Ja, nein, 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 nein. Ah, nein. Okay, ich bin jetzt schon kein Fan davon. Ja, ja. Oh, Gott sei Dank. Okay. Einmal. Ernst jetzt. Jetzt bin ich wieder hier. Ah. Gott, dann kann ich ja nochmal speichern hier. Ich muss meinen Geist freimachen. So, einmal ausruhen. Sollen die Kollegen da oben halt wieder da sein. Was? Ach so, wenn wir jetzt dann vermutlich oben weiterkommen. Also, Abkürzung hier. Jetzt oder nie. Alles klar. Geil. Jetzt sind die Winde auf unserer Seite. Sturmschiff gelandet. Beginne Ausgrabung an der nördlichen... Hilfe! Nice. Geil. Ähm... Komm ich da rüber? Irgendwann, da hat es eine Kiste. Weiß ich, ich müsste eigentlich da runter, aber ich probiere es mal aus. Okay, die Antwort ist nein. Äh, warum kann ich... Ach so, damit ich wieder raufkomme. Äh, wo willst du, dass ich hingehe? Vermutlich kann ich da rüber... Ich muss vermutlich da irgendwie rüber. Mal schauen. Nein! Ah, so knapp! Man, warum hast du jetzt nicht... Man... Man, warum macht er da keinen Double Jump mehr? Ja. Okay. Die Aktivierung dieses Boras wird eine Weile dauern. Hoffentlich kann Maren sie bremsen. Nice. Äh... Das geht bestimmt beim ersten Mal schief. Oder auch nicht. Hm... Kann ich nach oben? Nö. Ich muss also irgendwie da rüber. Na, fuck! Unten geht ja auch nicht. Wieso kann ich da nicht nach oben? Wieso kann ich da nicht nach oben? Es sieht jetzt eigentlich nicht so schwierig aus, aber okay. Ja, ganz knapp! Tschüss! Hahahaha! Äh, okay. Einmal Wallride. Nois! Was? Nein, nein, nein! Oh Gott sei Dank! Wie geht's dir bitte? Hast du Spaß da hinten? Ich glaub, der fragt sich nur, wenn ich das nächste Mal wieder abstürze. Äh... Ähm... Nein! 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 Heute hab ich jetzt mit dem Parcours. Nein! Ah, das gibt's doch nicht! Was ist denn mit mir los? Okay. Wieso können wir nicht einfach über die Brücke gehen? So, jetzt nochmal. Dankeschön. Äh... Kann ich jetzt danach? Oh... Okay. Da komme ich also nicht weiter. Da würde ich wieder zurücksliden. Das heißt, wir müssen auf das Teil und dann da rüber. Oh, ich muss mal. Komm! Fester! Nein! Oh, oh! Spring! Danke, 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 danke! Danke! Echt? Ich glaube dafür ist es schon zu spät. Yes! Hallo! Nein! Nois! Noch mehr klettern. Gott sei Dank sind wir bald da, ey. Und das machen die ganzen Pilger? Oh Mann, ey. Äh, einmal hier nach oben. Dankeschön. Ähm. Also. Ah, Dankeschön. Wir haben es rüber geschafft. Unglaublich. Aber das wird das Imperium nicht davon abhalten, um alles in Schott und Asche zu legen. Ähm. Darunter? Fragezeichen. Oh, 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 oh. Aufpassen doch. Hm, kann ich? Nö. Doch, ich glaube, ich muss. Ah, ah. Ich glaube, ich habe da schon einen verdacht. Ich muss da irgendwie auf das Platz so da hinten hinkommen. Ah, das geht sich... geht sich gerade nicht aus, Mann. Komm mal hier auf den Stein da rauf. Komm jetzt. Ach, Mann. Man muss es doch da irgendwie machen, aber how? Nein. Okay. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Okay, der andere ist auch schon tot. Wunderbar. Ja, ich glaube, dieser Roboter wird 100 pro irgendwie ein Bossgegner werden. Weil das wird sie nicht alleine hinkriegen. So, wo geht's hier weiter? Da gibt's nicht rein. Ich glaube, da hinten war noch ein Sturz. Gute Nacht. Oh, was ist das? Oh, Schriftrolle. Hä? Wo geht's denn hier weiter? Hallo? Und da kann ich ja mit der Macht ja nichts tun. Gut, man könnte hier natürlich einfach da oben irgendwie durch, aber... ...spiel sagt nein. Eine Spalte oder irgendetwas in der Richtung? Hm. Gut, das ist ein... Na, Rätsel wird's doch auch nicht sein. Wo geht's hier weiter? Schauen wir mal die Karte. Wäre schon irgendwie... ...noch da. Aber bei diesem blöden Loch kann ich nichts machen. Was willst du von mir? Ja. Ah, ich könnte ja doch da irgendwie durchdashen, oder nicht? Und so brauche ich Höhe. Kann ich irgendwie... Also wie mach ich denn das? Wenn du runterkommen würdest... ...dann könnte ich doch irgendwie... ...schwingen. Sind die beiden Sachen die Gegengewichte? Hm. Das ist es auch nicht. Da hängt auch so ein Teil runter. Hä? Ich seh's nicht. Schauen wir doch rauf. Nein. Hier mit den Teilen... Okay, man kann das hier nur kaputt machen. Spiel, was willst du von mir? Ah, wow. Wow. Diese Spalten... ...und sie spielen... ...du weißt, was du zu tun hast. Zuflucht für alle, die danach suchen. Klingt so schön, um wahr zu sein. Die Pilgerzuflucht... ...sollte ein würdiger Ort... ...für das Versteck sein. Die Nähe zum Archiv ist ideal. Und mit deinen Heckkünsten... ...könnte dieser Tempel... ...für alle Bedürftigen... ...bald wieder ein sicherer Hafen sein. Tja. Jetzt nicht mehr. So. Das Rund brauchen wir jetzt nicht. Schauen wir doch gut aus. Oh ja. Da hören wir ihn schon. Die Pilgerzuflucht hat einige neue Verwaltungen. Dieser Wachdroide könnte Ärger bedeuten. Welcher Wachdroide? Ach, der da unten. Okay. Okay. Wo muss ich lang? Sollen wir den Stoff runter? Und ja ansonsten... ...krieg mal nach oben. Ach, nee. Alles, Knirchen. Oh, ist dicht. Ach, und hier dann runter. Woher weißt du das? Vergiss diese Geistergeschichte, Soldat. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, Mann. Die Scheiße M.G. da oben. Wow. Komm. Den Stärken. Wir können nicht gewinnen. So, zu dir komme ich gleich. Ähm. Wie komme ich da noch oben? Ja, 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 ja. Moment. Ach, Mann. Nee, aber... Ja, toll, das ist dicht. Merkbank. Ah, fuck. Wie komme ich da noch hinten? Oh, geil. Was mache ich jetzt hier oben? Hä? Darf das da hin? Moment, da war noch eins. Ähm. Einer läuft da oben. Ich habe es gerade irgendwo leuchten gesehen. Ach, nee. Das war eh das eigentlich... Ehe... Hm. Ach so, die Wand. Okay. War nicht gesehen. noch keine Spur vom Versteck des Pfades. Halt. Nach rechts. Aha. Das bewegt sich. Okay. Klappt nochmal. Wieso gehst du da nicht komplett drüber? Dankeschön. Autsch. Ich glaube, der wird uns verprügeln. Ähm. Ähm. Zwei Dateien? Warum müssen die alles kaputt machen hier? Oh. Okay. Ah. Ich sehe. Komm, das mal nach unten. Sehr gut. Ich habe Grund zu der Annahme, dass es unter dem Tempo ein ausgedehntes Netzwerk aus unterirdischen Wasserwegen gibt. Perfekt. Das sollte unsere Operation vor imperialen Scannern schützen. Ja, hat gut funktioniert. Habt ihr Bewegung gesehen? Hoffentlich hat's nie getan. Nein. Schaltet ihn aus. Haltet eure Position. Okay. Abkürzungen aktivieren. Hoffentlich schießt du da rüber. Ja, perfekt. Noch mal ins Dimm. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Nice. Geil. Nice. Ähm. Was ist das? Ich da rauf. Nee. Ey, wo muss ich denn hin? Wohin hin? So, er ist da am Rumpüten. Ähm. Was habe ich eben gesehen? Oder? Na, und der Wasser wird's doch nicht sein, oder? Nee. Ah, vielleicht da rein. Nein, bleib oben. Okay. Okay, doch. The way to go. Äh. Geht das noch mit dem Atmen? Bitte sauf jetzt nicht ab. Oh, Gott sei Dank. Okay, andere Arm. Moment, kann ich da was machen? Warte ich dich eigentlich abgreifen? Nee. So, nach oben. Danke. Langsam denke ich, wir sind hier richtig. Was denkst du? Was ist das jetzt? Für ein Ding? Ähm. Was muss ich mit ihr machen? Oh, okay. Bei dir noch irgendwas zu machen? Hm. Die waren beide hinten. Ah, Moment einmal. Hä? Oh. Ach so, shit. Da komm ich bei dir nicht ran. Oder muss ich nur eins von bei... Ah. So, komm du mal her. Willst du herkommen? Komm. Hallo. So. Mach dich mal hier fest. Kommst du jetzt näher an? Ja, ich würde sagen, es passt nicht ganz. Ich muss die irgendwie zeitgleich los... Warte mal. Kann ich dich haben, während ich die Macht mache? Nee, ne? Nee, ne? So. Du da hinten. Okay. Auch nicht die Way to go. Warte mal, ich hab ne Idee. Alter, so schnell kann ich doch gar nicht. Hm. So, du wieder mal ganz nach hinten. So, und jetzt... Okay. Okay, jetzt ist er durch. Das passt. Aber wenn ich jetzt loslasse und ich schicke den nach hinten, müsste er doch theoretisch in der richtigen Position stehen bleiben, oder? Äh, nee, ich glaube, ich hab schon ein Spiel. Ja, okay. Okay. Okay, es wird wärmer. Äh? Ach so, wieder Grabskind. Und, was hast du gefunden? Es gab bei der Evakuierung ein Gedränge. Schnell, alle zusammen, hier entlang. Beeilung. Kommt ihr mit uns? Ich muss noch eine Weile bleiben. Geht jetzt. Es ist keine Zeit. Ich regle den Weg hinter euch an. Möge die Macht mit euch allen sein. Oh, okay. Ganz ruhig. Sie ja Janda schickt mich. Meisterin Janda? Ihr nutzt die Macht. Ihr seid Calcestis. Verschwemmten wir. Das Imperium rückt an. Ja. Und darum muss das hier zur Meisterin Janda gelangen. Diese Kontaktcodes dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Warte! Oh, was? Moment. Oh, okay. Ich würde jetzt gerne speichern. Ja. Warte mal. Ich muss erst mal ein bisschen chillen. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass ein Janda in sich hat. Ja. Umbringen wir diese Kautzen zu ziehen. Aber sehr geil. Jetzt komme ich durch die Gruppe. Jens. Ja, was du nix sagst. Nein. Oh, Gott sei Dank. Ich bin bei einem Hund. Okay. Ähm. Holy shit. Das Ding macht Stress. Oh, fuck. Nein. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Es war so klar, dass ich es nicht aufs erste Mal schaffe. Nein. Warum macht er da kein Double Jump mehr? Mann. Ja. Habe ich zu früh gemacht. Ich bin doof. Ich bin doof. Okay. Ich muss da irgendwie nach rechts rüber. Moment mal. Wo muss ich eigentlich hin? Äh. Okay. Ich muss da, glaube ich, irgendwie einfach dahin dashen. Okay. Gott sei Dank. Ähm. Nein. Warum macht er keinen Double Jump? Was soll denn der Scheiß? Sag mal, willst du mich... Du bist mir da verarschen. Okay. All. Dankeschön. Ich sehe einen Weg rein. Dann reihen wir uns. Wie jetzt wieder rein? Wir sollten hier irgendwie weg. Äh. Okay. Wir sollten nicht den Pilgerweg zu C.S. Basis nehmen. Es gibt noch einen Weg. Aber die Imperialen patrouillieren. Wir schaffen das. Oh. Nein. Wir fahren in hier. Haben wir einen Eindring legt? Ah. Vorsichtig. Ah. Ah. Hey. Ich habe jemanden sehr für den Haltkampf. Du bist okay. Unser Freund ist zurück. Oh, stopp's doch nicht. Danke nochmal für den Talisman. Du hast ihn dringender gebraucht als ich. Ähm, so. Das passt. Bitte weiter. Ähm. Ah ja, okay. Einfach wieder durchgehen. Aber warum machst du nicht so kompliziert? Oh, das ist echt gut. Wir müssen uns. Hallo. Du wirst dich ergeben. Du bist zerbrechend. Ergibt mich. Du kommst die Lücke. Mehr kannst du nicht. Waren jetzt alle? Gleichfalls, Geist. Hehehe. Ach, noch mehr. Moin. Moin. Aber schon geil, dass wir da mit dem Abriss anfangen. Obwohl hier noch alle drin sind. Und die eigenen Truppen. Autsch. Kommst du mehr zu mir her. Das Imperium hatte keine Ahnung, was wir hier finden werden. Gut. Sie dürfen nie erfahren, dass der Pfad hier war. Haben wir einen Einwängling? Komm mal an. Oh. Wieso kann ich hier... Komm her. Mann. Komm. Komm. Ach so. Oh. Nee, da kommt bestimmt noch mehr. Kämpfen wir? Ähm. Was hast du vor? Ach, keine Zeit für Erklärung. Vertraust du mir? Ja. Ähm. War das für's Glück? Nein. Für mich. Spring durch, Kerl. Jetzt! Ähm. Was zum... Ich bin doch... Wir werden hier nicht sterben. Moment, dass ich das jetzt gleich mehrmals machen muss. Gut gemacht. Oh, was zum... Oh, was zum... What the fuck? Oh, okay. Ganz schnell weg hier. Was macht das, Kumpel? Das war knapp. Ernsthaft. Dieses Ding muss eine Schwäche haben. Äh. Was ist denn so? Alter. Nicht rüber, Kerl. Dank mir nicht zu früh. Ah, ich sehe nichts mehr. Allah. Was? Wo hätte ich denn jetzt hin sollen? Hast du Spaß? Nein. Ja. Aber... Warte mal. Wohin? Schaut das bei ihr immer so aus, wenn sie das macht? So können wir nicht weitermachen. Ich hab eine Idee. Ich brauch eine Chance. Äh. Alter, das ist so verwirrend. Wow. Jetzt oder nicht. Aber es ist ein weiter. Genau hinter dir. Genau hinter dir. Genau hinter dir. Na, toll. Ich hab's. Hm. Hallo. Ich bin froh, wenn das aufhört. Ja. Ich bin froh, wenn das aufhört. Okay, ich bin dann schon mal du. Hast du das gemacht? Es ist ein Ritual, das ich nach meiner Rückkehr nach Datum hier entdeckt habe. Oh ja, sowas wurde speichert. Alles okay? Mir geht's gut. Komm schon. Bringen wir diese Korts zu Sian. Ja, beziehungsweise... Könnten wir jetzt nicht einfach Schnellreise machen? Ähm... Ja, wir müssen ja hier hin. Ja, nee, also... Ich geh da jetzt mal nicht zu Fuß. Ich mach Schnellreise. Aber was für ein geiler Bosskampf. So, Schnellreise. Äh, Schnellreise. Dankeschön. Ähm... Nee. Ja, dankeschön. Moin. Äh, reden? Hallo? Reden? Dankeschön. Sia. Wir konnten Armias nicht retten. Er hat sein Leben hierfür gegeben. Ein Beileid. Ich weiß, du hast dein Bestes getan, Kerl. Und das Imperium hat uns nicht verfolgt. Hey, Schrott-Sammler. Schön, dass du noch ganz bist. Meister Cordova. Habt ihr nun einen Weg durch den Abyss? Nein. Doch du vielleicht, Kerl. Boat und ich sind im Archiv auf einige Interessenen. Interessante Daten gestoßen. Präsentieren wir den Fund. Vor Jahrhunderten gründete die Republik eine Kolonie auf Kobo, um eine Sternenanomalie zu untersuchen, die als der Abyss bekannt ist. Santari Cree leitete das Forschungsteam. Das ist sie. Die ersten Versuche, durch den Abyss zu navigieren, endeten im Desaster. Die Republik stand kurz davor, das Projekt wieder abzurücken. Und wer ist dann wohl freiwillig hineingeflogen und hat auf der anderen Seite einen Planeten entdeckt? Dagen. Mit den Daten seiner Reise erfand Cree den Abyss-Kompass, um andere sicher nach Tannelaar zu bringen. Die Republik gründete dort eine Ansiedlung. Die Jedi bauten einen Tempel, genau wie du gesagt hast. Leider endete eine Zeit voller Frieden und Wohlstand, als Marodeure aus dem Outer Rim angriffen. Ja, die hab ich auch gesehen, aber wie kamen sie durch den Abyss? Wohl nur mit einem gestohlenen Kompass. Keine Sorge, wir sind nicht so unvorsichtig. Wegen der Übermacht gab die Republik Tannelaar auf. Und der Rat der Jedi befahl Cree, die Kompasse zu zerstören. Dagen Garra weigerte sich und begehrte gegen den Orden auf. Das ist ein Gendai. Sie verbünden sich nicht oft mit anderen Spezies. Anscheinend arbeitet Ravis schon länger mit Dagen zusammen als gedacht. Also hat der Orden Jedi geschickt, um die Kompasse sicherzustellen. Und Dagen brachte sie deswegen um. Ein Jedi, der andere Jedi tötet. Aber Santari hat gesagt, dass Dagen der Schlüssel nach Tannelaar ist. Vielleicht stimmt das auch, junger Jedi. Trotz aller Bemühungen konnte ich die Kompasse, die du mir gebracht hast, nicht reparieren. Jedoch sind laut den Aufzeichnungen drei davon verschwunden. Da draußen könnte es also noch einen geben. Dagen hat seine Armee auf die Suche danach geschickt. Ihr könntet bleiben und uns helfen, aber... Ich kenne diesen Blick. Welchen Blick? Hoffnung. Dieser Planet ist eine Zuflucht für alle, die sich gegen das Imperium auflehnen. Also kommt ihr mit uns? Ich meine, Grease könnte auf der Mantis Platz machen. Für alle. Nein. Dieser Ort braucht mich. Der versteckte Pfad braucht mich. Cordova? Es tut mir leid, mein Freund. Im Moment ist mein Platz auf Jedha mit Seer. Ich gebe dir einen Datenstick, damit du auf unsere Daten Zugriff hast, wo immer dich deine Reise hinführt. Lass mich raten. Du willst auch bleiben? Als wir uns kennenlernten, dachte ich, das, was uns verbindet, ist einzigartig. Überlebende. Im Kampf gegen das Imperium, das uns die Familien genommen hat. Ja. Dank dir weiß ich, ich bin nicht allein. Ging mir genauso. Doch die Galaxis ist voll mit Leuten, die unser Schicksal teilen. Wie es hier schon sagte, vielleicht hast du eine Zuflucht für sie gefunden. Vielleicht. Wenn wir einen Weg finden. Ich begleite dich. Außerdem ist es schon wieder viel zu lange her, dass Grease die Haare zu Berge stehen. Wir sehen uns auf der Mantis, Schwester der Nacht. Wir haben eine Kampfschwester bei uns. Okay. Wir sind aber schon weit über der Zeit. Ich würde sagen, ich tue hier einmal speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Öde ein Abo. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, oder sogar Kanalabonnent, äh, Mitglied, Entschuldigung, unterstützt mich da. Und bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.